Oh, hungriger Hugo hat ein Video hochgeladen, vor vier Minuten, das schauen wir uns an. Let's go. Guck mal, das ist jetzt quasi Chexos, das ist unser Ding. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt... Das Video heißt, Romatra ist so dumm. Legen wir hier gleich einen Stamm drauf, machen vorne einen A-Frame. Das sollte passen. Warum hast du das gemacht? Oh Gott. Ich habe mir den Kopf dagegen gestoßen. Oh, oh, oh. Aber bei Kevin und Reese läuft der Shelterbau auch nicht viel besser. Yeah! Yeah! Benutzt Hugo jetzt AI-Stimmen, Alter? Läuft der Shelterbau auch nicht viel besser. Oh, yeah! Yeah! Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Ich würde jetzt gerne an diesem Stadium ankommen, wo wir an unserem Feuer sitzen, unserem Shelter. An unser Shelter ist ein Hausescheiße. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Fan-Eskalation bei Knossi Spendenlauf. Euer Lauf beginnt! Yo, Hugo benutzt jetzt AI-Stimmen. Hä? Drei, zwei, eins! Wir haben auch einen Spenden-Link im Chat. Ja, na... Natürlich, sofort. Äh! Ey, Mann, ich hab... Das ist ja ekelhaft. Schwer und falsch. Ekelhaft. Fick deine Mutter, du Wannsorgen. Was war das? Kanter. Alter, Spaß zurück. Die Menschenmenge kommt. Knossi ist wieder da. Knossi! 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 Knossi, du bist der Beste! So ein Feini, Digga. Alter, okay, das ist... Knossi, halt, halt! Ja! Scheiße, weggehend. Vater, leck mich am Arsch. Einen großen Applaus für Knossi! Was ist denn hier los? Knossi, Knossi, Knossi! Scheiße. Knossi Ultras. Komm, Thomas, komm! Knossi, Knossi, Knossi! Knossi, 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 Knossi! In den ultimativen Marsch in Richtung Apokalypse. Okay, hier hinten darf keiner rein. Wir gehen rein. Und wir bleiben drin. Warte mal, ihr könnt nicht mit aufs Spielfeld. Wie ist es für euch? Panastrophe. Plastik, Plastik, Plastik! Ich brauche jetzt fünf Freiwillige! Bitte, bitte, bitte! Was warst du hier? Hey, was haben die denn überhaupt gemacht? Fußballspiel einfach, oder was? Ja, das darfst du gezeugt. Nee, habe ich nicht. Boah, ist das gottlos. Das war ja eine Reaktion. Nee, habe ich nicht. Ja, einfach. Das ist ein bester Mann, Knossi. Ich liebe sie. Ich bin Fiete. Ey, Fiete. Du hast eine Fake-Unterschrift von mir auf dein T-Shirt gemacht? Ja. Warum hast du das gemacht? Ist ein Autogramm? Komm, ein Autogramm. Wir sagen, kein Autogramm. Wie soll ich gucken? Mal gucken, ich gucke in die Hand. Wie heißt du? Ja, Adam. Adam heißt auch noch. Mein Sidekick. Mein Sidekick. Ich habe so lange gebraucht, dass wir in einer Ehre. Das ist endlich mein Papa. Hassan der Coole hat in meinen Kommentarbereich geschrieben. Du seist mein Vater. I am your father. Endlich, kann ich dich treffen. Okay. Das war einer der... Ja, manchmal trifft man richtig, richtig komische Zuschauer, ne? Unangenehme Fan-Erfahrung. Aber mit unangenehmen Fan-Erfahrungen kennt sich auch der Rentner bestens aus. Ich geprissen. Hast du den Ton auch? Nö, soll man auch den Strahl hören? Mir auch egal. Du wolltest eigentlich ein Foto haben, ne? Wenn du jetzt Monte folgst, dann folgst du ihm beim Pissen. Ich wohne gerade eher extra... Oh, ja, oh. Das ist das Beste. Wasser lassen, wenn man gleichzeitig noch am Vorzeln ist. Oh, oh. Alter, wie schnell ist denn der? Mann, jetzt habe ich hier aber noch Blähungen, ey. Was ist denn los? Ich höre gerade der Ton von Monte. Beim Winkeln war toll. Können wir auch ein Foto machen? Ja. Wir kennen uns aus Black Oats. Du hast mir eine Freundschaftswertfrage mal geschickt. Diggi, Black Oats ist 10 Jahre alt. Keine Ahnung. Ich habe immer, sei gegrüßt gesagt. Hallo, das... Weißt du noch? Ne, weiß ich nicht mehr, Diggi. Ach, du Kessler. Ne. Das ist mir doch gar einfach hin. Da unten sind die Mopeds immer. Sommer ist... Digger, der Arme. Ja, schau. Und rein. Genau, das wollte ich erreichen. Setz dich hin. Ich bin in den Motorrädern längst gegangen. Und hab mir gedacht, äh... Wollen wir den doch im Hals? Bei einer geheimnisvolle Krankheit. Aids. Ich fühle ein Pokémon. Yo, was? Bei einer geheimnisvolle Krankheit. Aids. Yo, was? Was? Wo kommst du jetzt genau her, Digger? Ich habe ja auch mal ein Ankündigungsvideo für Livestream gemacht. Das müsste noch bei mir auf der Facebook-Seite sein. Was ist ein Intro? Moin, moin, meine Aktivfreunde. Und herzlich willkommen. Digger, wie er aussieht, ist so crazy. Das Hemd und die Frisur. Sehen, du musst immer an die Facebook-Schnitzel. Moin, moin, meine Aktivfreunde. Und der hat sich da kommt. Einen speziellen Gruß an meine Facebook-Freunde. Moin, moin, meine Aktivfreunde. Ich bin Batman. Einen speziellen Gruß an die Facebook-Freunde. Ihr wisst Bescheid. Speziellen Gruß wie immer an die Facebook-Schnitzel. Ich habe so eine Selfie-Stange, ein Stativ für die Kamera. Ich gebe dir gleich mal ein Stick. So, meine Aktiven 5 gegen Willi-Freunde. Um 20 Uhr pimmel ich einen Livestream raus. Wer vorbeipimmeln will, pimmelt vorbei. Wer nicht vorbeipimmelt, kriegt eine Pimmelschelle. Das waren jetzt viele Pimmel auf einmal rausgepimmelt. Ich bin ganz schön pimmelig. Warum ihr nachher vorbeischauen solltet? Das heißt, vorbeischauen, vorbeipimmeln. Vorbeipimmel ist Pflicht. Wenn ich vorbeipimmel kriegt, bin ich von spontaner, blöch. Darf, wo er sagt, pimmel beim Stream vorbei, wenn nicht, gibt's Kochstelle. Hey, wisst ihr schon das Neueste? Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Commander Krieger. Und zwar gibt es jetzt bei AirUp die neue Steel Bottle mit Color Update. Schmeck dich, schmuggel, 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 schmuggel. Ehre, Leute. Aber das war es noch nicht. Zusätzlich wurde auch noch der Aromapod Virgin Mojito gelauncht. Und mit dieser geilen Kombi aus der neuen Steel Bottle und dem Virgin Mojito Pod kann einem geilen Sommer nichts mehr im Weg stehen. Ganz köstlich, aber auch spröchlich-köstlich. Kostlich, schmuggel. Mit nur wenigen Klicks kannst du auf AirUp.com deinen Virgin Mojito bis vor die Haustür liefern lassen. Digga, wie ihr das macht, ist wirklich schmuggel. Lieferung ist da, bleib. Klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und vergesst bei eurer Bestellung meinen Rabattcode nicht. Bruder, dieser Rabattcode, ich verstehe das nicht. Ich hatte auch schon mal so Rabattcodes. Gib mal jetzt lustiger Hugo 2.0 ein, ohne dich zu verschreiben. Das ist immer so eine Scheiße mit den Rabattcodes. Mach doch einfach Hugo. Okay, der Rabattcode diesmal ganz simpel. Einfach hungriger Hugo eingeben für 10% Rabatt. Seven versus Stark. Wild Vorbereitung läuft auf Hochtour. Drecksau. Seit 5 Tagen gehe ich 25 Mal am Tag Wasserscheißen. Richtig heftige Magenkrämpfe. Ganz schlimm. Ich werde sehr oft hinter der Kamera verschwinden und hier irgendwo in den Wald schnitzt hinter einem Baum. Yo! Roller, the climax here. Sucks. Sieht sehr ogerig aus, was du da machst. Durchbrechen wäre cool. Boah. Nee, niemals. Ogerwachen, da bist du King drin. Diese Riesen-Sounds. Jetzt mal real talk. Glaubt ihr, Romatra und Trimax packen das? Nein. Ja. Digga, viel mehr Leute sagen Ja statt Nein. Können wir mal eine Abstimmung machen? Ich würde gerne wissen, was alle dazu sagen, wenn wir eine Abstimmung machen. Packen das Trimax und Romatra. 63% sagen Ja und 37% sagen Nein. Also die Mehrheit sagt Ja. Das ist schon mal crazy. Wow. Einer sagt, es sieht aus wie ein Bucher. Bucher sollst du suchen und Eifel sollst du weichen. Die meisten, aber die Schnauze halten. Das ist aber eine Leitertuch. Was für eine Leiter. Wie, was für eine Leiter? Das ist eine Leiter halt. Soll ich nicht sagen, was für ein Modell das ist oder was? Nebenan ist eine Wundkuhle und die waren besorgt, warum hier Männer im Wald sind. Und die Kinder haben das für ihren Eltern erzählt und die Eltern rufen jetzt hier an und machen Stress. Ja, go make me do mama. Feuer ist sowas tolles, ne? Es ist ja gar nicht, wieso Waldbrände so gehatet werden. Ach so. Ja, mach mit. Höh. Hast du immer noch so Probleme mit Durchfall? Ich hab seit 30 Jahren Durchfall. Heute ist echt ein großer Fall. Heute haben wir uns ja auch die Girlen auf mich. Ich komm darauf immer noch nicht klar, dass Knossi seit 30 Jahren Durchfall hat und ich komm nicht darauf klar, dass Sydney seit 10 Jahren Durchfall hat. Hauptgesetzen, ich hab ja ohne Grenzen. Ey, oh mein Gott. Bei dem Losen war der Hauptgewinn ein Monat der Only-Fanzen. Und das hab ich schon einfach geworfen. Bro, das kannst du nicht so zeigen. Machst du eine Fragerunde oder so? Ja. Wir machen TikTok. Was? Frage heute? Ähm. Hast du eine Freundin? Ja. Ja, das war die Frage. Okay, dann würde ich. Willst du zum TikTok sein? Ja, auf jeden Fall. Egal, welche Frage, ich bin immer dabei. Okay, ja. Aber das war's schon. Okay. Ciao. Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Ich verstehe jetzt nicht so gar nicht. Was denn? Wurde ich schon nachgenommen? Wie heißt es eigentlich auf TikTok? Boah, den Namen war ich gerade nicht auswendig. XX. L. Rott. I. Aber ich muss jetzt gehen. Ciao. 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 Okay. Das war's mit dem Video. Irgendwie waren diesmal weniger Clipster. Also das waren so, Hälfte war Knossi und Monti, JL-Stream. Dann war Werbung. Und dann war Trimax und Romatra. Und dann war Hugo. Und dann war's das. Und dann war's. 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 Vielen Dank.